Vor allem die Frauen werden immer ein bisschen sensibler jetzt dafür und es ist nicht mehr so dieses oh, da kann man nicht drüber reden Thema. Also, das ist jetzt mal so eine normale Menstruationstasse, sieht aus wie ein Tropfen. Genau, es ist halt aus. Wird benutzt wie ein Tampon. Und ich glaube, man kann auch wirklich sagen, sie liebt ihre Binden. Der Hauptgrund, warum sie diesen Laden aufgemacht hat, ist, dass sie eben ihre eigenen Stoffbinden entworfen hat. Herzlich willkommen zu Rabbit Radio, das Hintergrundgespräch. Heute dreht sich alles um Menstruation, ein Tabuthema in unserer Gesellschaft und wir wollen heute drüber reden. Ich bin der Viktor. Ich bin die Marlena, hi. Und ich die Franzi, hallo. Genau, und ihr habt in unserer aktuellen Sendung, ihr habt einen Beitrag gemacht über den Menstruationsladen, der in Ansbach eröffnet hat. Ja, dennoch ist Menstruation ja eigentlich so noch so ein ziemliches Tabuthema. Warum denkt ihr denn, ist das so tabuisiert? Also, ich glaube, dass einfach viele nicht wirklich gut Bescheid wissen, vor allen Dingen auch viele Männer. Also, das soll jetzt gar nicht gegen Männer gerichtet sein, aber ich glaube, das ist einfach so, weil wir Frauen kriegen es ja natürlich mit. Und ich glaube, dass einfach viele Leute nicht wirklich sich damit beschäftigen, weil sie es ja auch nicht missen. Und ich finde es einfach super gut, dass es jetzt den weltweit ersten Menstruationsladen in Ansbach gibt, weil das ist einfach ein so wichtiges Thema, weil es halt die Hälfte unserer Bevölkerung betrifft. Und deswegen dachten wir uns, ist dieser Beitrag auf jeden Fall wichtig. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, ihn zu machen, weil wir uns dachten, da muss einfach mehr drüber geredet werden. Wo habt ihr denn irgendwie schon mal sowas erlebt, dass Menschen irgendwie im Zusammenhang mit Menstruation, dass da irgendwie wenig drauf geachtet wurde, beziehungsweise dass das so abgetan wurde? Habt ihr da irgendwie schon mal was erlebt, dass das wirklich tabuisiert wurde? Ja, also tatsächlich auch privat schon. Es ging mal darum, dass ich bei einem Freund übernachte und der hat gemeint, wenn ich meine Tage habe und eine Menstruationstasse benutze, dann darf ich nicht bei mir übernachten, weil das wäre total eklig. Und das ist auch schon wieder eine total schwierige Sache, weil warum ist Menstruation eklig? Warum sind Menstruationstassen eklig? Ja, das sind so private Sachen, die einem, glaube ich, doch ganz oft passieren. Ja, wir schauen uns nachher noch an, was so eine Menstruationstasse ist. Zuerst, es ist kein Tabuthema mehr grundsätzlich oder nicht mehr so stark, jetzt hier zumindest in Ansbach, denn es gibt diesen Menstruationsladen, der heißt Almu. Und ihr habt euch den ein bisschen genauer angeschaut. Was war denn so euer Eindruck davon? Also die Stefanie Wagner, das ist die Ladenbesitzerin, die ist eine sehr, sehr lebensfrohe Person und die geht mit dem Thema super offen um. Und der Hauptgrund, warum sie diesen Laden aufgemacht hat, ist, dass sie eben ihre eigenen Stoffbinden entworfen hat. Weil sie hat halt selber so ein bisschen rumprobiert und war dann aber nicht zufrieden. Und dann hat sie halt gemerkt, hey, okay, ich mache das jetzt selber. Und ihre Stoffbinden, die Almu, also die alternative Monatshygiene, die Stoffbinden sind halt so ihr kleines Baby, so ihr eigenes Produkt. Und davon, also das ist auch so der Hauptbestandteil vom Laden. Also da kriegt man eigentlich irgendwie so das meiste von mit. Sie hat natürlich auch so was wie Menstruationstassen oder Menstruationsschwemme. Die gibt es auch, genau. Aber der Fokus liegt halt eigentlich auf diesem Laden. Und genau, das ist halt einfach sehr, sehr sympathisch gemacht. Und das hat ihr Herzwerk. Also sie hat da super viel Zeit mit drin verbracht und hat auch super viel Zeit geopfert dafür. Und ist eigentlich, glaube ich, super glücklich. Und sie wollte bewusst nach Ansbach kommen, weil sie eben aus Ansbach ist selber. Und auch, weil sie sagt, dass Ansbach sowas braucht. Sie hat gesagt, die Ansbarer Frauen, die brauchen das unbedingt. Und deswegen wollte sie auch in Ansbach bleiben. Und ist es wirklich so? Also wie ist die Resonanz? Was ist so die Kritik? Also, was wir jetzt so mitbekommen haben, wird sehr, sehr gut angenommen. Weil ich glaube, die Gesellschaft generell ein bisschen sensibler ist. Vor allem die Frauen werden immer ein bisschen sensibler jetzt dafür. Und es ist nicht mehr so dieses, oh, da kann man nicht drüber reden Thema. Und dann beschäftigt man sich ja auch ganz anders damit. Und dann geht es auch mal, okay, ich benutze jetzt nicht die herkömmliche Binde, sondern nehme vielleicht auch was, was für einen Umweltschutz gut ist. Was ja momentan auch ein Riesenthema ist. Und ja. Ja, ich glaube auch dieser Umweltschutz-Trend oder halt generell, dass sich viele Leute damit beschäftigen, wie kann ich nachhaltiger leben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil man halt wirklich viel mehr Müll einspart, wenn man sich eben auf alternative Monatshygiene umstellt, wie zum Beispiel Stoffbinden oder Menstruationstassen oder Schwämme, als wenn man halt die herkömmlichen Tampons oder Binden benutzt. Genau. Ihr erwähnt die Produkte schon. Dann schauen wir uns doch mal an, was wird dort denn so verkauft, beziehungsweise was ist denn das Besondere, sage ich mal, in dem Laden. Ihr habt ja auch was mitgebracht. Genau. Ja, wir haben jetzt mal so eine Stoffbinde eben mitgebracht. Kannst ja gerne mal anfassen. Die sind halt super flauschig und sehr weich. Kann ich bestätigen. Also jetzt am Fühlen in der Hand. Genau. Und die kann man eben waschen. Also bei 95 Grad kann man die waschen und dann, ich meine, es waren bis zu zehn Jahren, kann man die locker benutzen. Und die können genau das Gleiche wie jede andere Binde auch. Also es macht keinen Unterschied, nur dass man sie eben länger benutzen kann. Und was meiner Meinung nach einen Unterschied macht bei den Stoffbinden ist, weil wenn du eine normale Binde anhast, also es ist jetzt nur mein persönliches Gefühl, das fühlt sich einfach nach einer Zeit halt irgendwann nicht mehr so hygienisch an. Und ich glaube einfach, also die Stoffbinden saugen halt auch richtig gut und es riecht halt nicht so, weil ich finde, dass die Plastikbinden, die man benutzt, die riechen öfter mal auch schlecht. Und das ist bei diesen Stoffbinden halt nicht so, weil die sind halt aus, glaube ich, Wolle gemacht. Baumwolle. Genau. Baumwolle. Und das macht es halt einfach auch zum Tragen angenehmer. Wie ist denn so der gesundheitliche Aspekt? Also sind die vielleicht sogar besser gesünder als die herkömmlichen Binden? Kann man dazu was sagen? Das ist, bei den Binden ist es, glaube ich, schwierig zu sagen. Es ist ein Unterschied bei Tassen und Tampons. Dann schauen wir doch gleich mal auf die Tassen und Tampons. Gibt es die Überleitung? Genau. Also das ist jetzt mal so eine normale Menstruationstasse, sieht aus wie ein Tropfen. Genau, ist halt aus entweder. Wird benutzt wie ein Tampon. Und die ist entweder aus medizinischem Silikon gemacht oder die gibt es auch aus Kautschuk. Also mit verschiedenen Härtegraden, also je nachdem. Es kommt ja darauf an, ob die Frau schon mal Kinder bekommen hat, ob die Frau viel Sport macht und je nachdem braucht sie eben einen unterschiedlichen Härtegrad. Und da ist jetzt eben die Sache, wenn man einen Tampon benutzt, der trocknet ja die Schleimhäute aus. Und das macht die Tasse jetzt zum Beispiel nicht. Das ist schon mal der Gesundheitsaspekt, dass einfach weniger Austrocknung vorhanden ist und weniger Bakterien sich sammeln können. Ja genau, das mit den Bakterien ist halt auch so ein Faktor für das toxische Schock-Syndrom. Das kann man immer bekommen, auch wenn man eine offene Wunde hat oder so, aber das können eben Frauen auch vor allen Dingen bekommen, wenn sie eben Tampons benutzen, weil die Watte ein guter Nährboden für die Bakterien ist, von diesem toxischen Schock-Syndrom. Und deswegen ist die Menstruationstassen halt in dem Sinne gesünder, dass sich die Bakterien auf dem Silikon halt nicht so gut vermehren können und man dann eben eine geringere Chance hat, das toxische Schock-Syndrom zu kriegen. Inwiefern sind die denn jetzt umweltfreundlicher? Also diese Tasse, ist die wirklich umweltfreundlich, kann man das so sagen, wenn die aus Silikon ist? Ja, das ist schon, da hast du schon recht, das ist Silikon, das ist ja jetzt eher kein biologischer Stoff, aber du hast so eine Tasse ja länger. Du hast einen Tampon, ich glaube, richtwärts sind so fünf Stunden hast du den drin, dann musst du den wechseln. Das heißt, du hast dann, boah. Also die Tasse, glaube ich, kann man bis zu zwölf Stunden drin lassen. Das macht einfach schon mal das Leben von einem Mädchen ziemlich einfach, wenn du irgendwie abends auf eine Party gehst und dich einfach zwölf Stunden lang nicht drum kümmern musst. Und du hast die auch, auch wieder locker zehn Jahre. Genau, die halten halt einfach super lang. Genauso wie die Stoffbinden. Die Stoffbinden halten, glaube ich, auch zehn Jahre oder so. Und bei Menstruationstassen ist so der Richtwert zehn bis 15 Jahre. Okay. Wisst ihr ungefähr, wie viele Tampons man so verbraucht, eine Frau? Wisst ihr das ungefähr? Ja, also pro Periode, pro Zyklus praktisch sind es so 25 Binden oder Tampons. Und wenn man jetzt mal hochrechnet, so bis Anfang 40 ungefähr, sind es dann halt schon 12.675 Binden oder Tampons. Und das ist dann umgerechnet, sind es dann circa 152 Kilo Müll. Tampons, das sind ja nicht abbaubar oder sehr schlecht abbaubar. Naja, es saugt sich halt voll. Bleibt dann so. Ja, irgendwann wird es sich schon abbauen, aber sie saugen sich eben voll und landen ganz oft auf dem Meer dann. Ja, das eigentliche Problem ist ja auch, dass jedes einzelne Tampon, also wenn du so eine OB-Packung kaufst, dann ist ja jedes einzelne Tampon in Plastik eingehüllt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Hauptfaktor. Genauso wie die Binden. Die sind auch zigmal in Plastik eingehüllt. Genauso wie die Slip-Einlagen. Und das ist halt einfach viel drumherum, was auch mit Plastik gearbeitet wird. Also dann lieber einmal die Tasse, die zwar aus Silikon ist, aber dann 10 Jahre hast du gesagt. Und die man dann erst wieder auswechseln muss. Ihr habt die selber in Gebrauch? Ja. Und was sind so eure Erfahrungen damit? Ist es einfacher oder findet ihr es besser? Es ist halt eine Gewöhnungssache, so wie alles. Also man kann auch nicht sagen, lieber Tasse, lieber Tampon. Das kann man jetzt so pauschal, glaube ich, auch gar nicht sagen. Das muss jeder, jede selber für sich ausprobieren. Ja, genau. Aber es ist halt eine Übungssache. Wie beim Tampon einführen, das ist eine Übungssache und ist mit der Tasse genau das Gleiche. Und wenn man es mal raus hat, dann funktioniert es auch ganz gut. Und ich finde halt einfach, dieser Aspekt, dass du es zwölf Stunden lang drin lassen kannst, ist einfach super praktisch. Super. Also du kannst halt wirklich, du gehst morgens um acht aus dem Haus und kommst abends um acht wieder und du musst es dir den ganzen Tag lang keine Gedanken drüber machen. Das macht es halt wirklich einfach, das Leben ein bisschen angenehmer. Und ich muss persönlich auch sagen, ich finde es auch beim Sport angenehmer. Weil beim Sport hast du, wenn du einen Tampon anhast und dann nicht noch gerade irgendwie eine Binde oder so, kann schon mal sein, dass du dir denkst, oh okay, ich sollte vielleicht mal auf Toilette gehen und nachschauen, was da gerade passiert ist. Bei der Tasse habe ich da nicht so das Gefühl. Okay, also deutlich praktischer. Für euch, ihr habt ja den Beitrag gemacht über den Menstruationsladen, habt euch den genau angeschaut, habt dann auch mit der Stephanie noch länger gequatscht. Und ja, wie war so euer Eindruck vom Interview oder wie habt ihr sie empfunden und auch sie als Verkäuferin? Die Steffi ist eine super liebe Frau, die steht so 100% hinter dem, was sie tut. Also sie liebt ihren Job, die liebt ihren Laden und ich glaube, man kann auch wirklich sagen, sie liebt ihre Binden. Und sie ist, glaube ich auch, also dadurch, dass sie das jetzt schon so lange macht, ich glaube, seit acht Jahren? Sechs Jahre, glaube ich. Okay, sechs Jahre. Okay, ich glaube, seit sechs Jahren weiß sie halt auch einfach unglaublich viel. Also sie kennt sich in dem Thema super gut aus und sie kann halt auch wirklich gute Ratschläge geben, wenn man sich halt gerade irgendwie für Menstruationstassen oder so interessiert. Und je nachdem, dann guckt sie dich an und sagt, okay, also du bist sportlich, aber du bist also relativ schlank oder was auch immer. Dann brauchst du eine, die nicht aus Kautschuk ist, weil Kautschuk ist wertzweich und du brauchst eine relativ kleine, weil du bist ja eine relativ schlanke Person. Und deswegen ist sie da sehr, ja, einfach eine sehr erfahrene Person, wo man halt auch sich gut Rat holen kann. Es fühlt sich auch nicht komisch an. Also man kann mit ihr super offen reden. Man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt verklemmt sein muss, sondern sie ist selber so eine offene Persönlichkeit und dann wird man auch viel entspannter, wenn man über so ein Thema redet. Okay, also das geht auch ganz entspannt. Wenn ihr, um es nochmal festzuhalten, seit wann gibt es jetzt wirklich diesen Menstruationsladen in Ansbach? Wisst ihr das? Wie habt ihr davon gehört? Indem wir durch die Stadt gelaufen sind. Er ist euch aufgefallen, weil ich bin ständig dran vorbeigerannt, sage ich ganz ehrlich. Mir ist er nicht so ins Auge gestochen. Ihr habt ihn gefunden, wirklich aktiv? Ja, doch. Und klar, dann natürlich unter Mädels halt rumgesprochen und so. Verbreitet sich. Nee, genau. Aber den gibt es seit, oh jetzt, gar nicht so lange. Ich glaube seit September. Ich glaube, der hat im September aufgemacht. Ja. Also Winter oder Herbst diesen Jahres hat er aufgemacht. Der weltweit erste Menstruationsladen in Ansbach. Genau. Genau. Dann danke euch beiden für das Hintergrundgespräch. Sehr gerne. Gerne, gerne. Und weitere Podcasts von uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel Spotify oder auch Apple Podcasts. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.